Und guckt mal, das ist der Osterhase namens Nikolaus. Nikolaus ist ein Zwergkaninchen hier aus dem Dresdner Tierheim und sucht eine neue Familie. Er ist etwa drei Jahre alt, ist kastriert, wird nicht in Einzelhaltung abgegeben. Also entweder geht er hier mit seinen Kumpels raus oder zu einem netten zweiten Kaninchen. Wenn sie sich für Nikolaus interessieren, dann einfach mal im Dresdner Tierheim anrufen, einen Termin machen und dann vorbeischauen und den Kleinen kennenlernen. Der ist aber echt flauschig.